Was mich ja bewegt, auch in unserer gemeinsamen Arbeit, ist die Frage, wie und ob wir eigentlich diese Resilienzfaktoren auch fassen können in vormoderner Zeit. Und das gelingt uns ja schwer fürs einzelne Individuum. Ihr arbeitet ja viel auf das Individuum bezogen. Und wir versuchen das ja rauszudistillieren und zu präparieren aus dem materiellen Niederschlag, den wir vor allen Dingen von kleineren oder größeren sozialen Gruppen haben. Und da sehen wir, dass bestimmte Dinge, die ja auch heute noch eine Rolle spielen, wie soziale Identität, soziale Eingebundenheit, Kohärenzgefühlen, dass das also offenbar auch was ist, was uns über ganz lange Zeiträume schon begleitet. Ja, das finde ich sowieso spannend, weil der soziale Zusammenhalt, also soziale Zugehörigkeit ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist. Auch heute, also die Menschen, die einfach sagen können, in ganz schwierigen Zeiten kann ich mich auf so und so viele Personen verlassen. Die sind resilienter, die kommen leichter durch Krisen durch, als die, die sagen, ja, wenn es mir mal richtig stecht geht, da habe ich praktisch niemanden, auf den ich so einen Rat fragen kann oder der mich mal unterstützt, ja. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also das war wahrscheinlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Garant für das Überleben der Menschheit, dass die sich zusammengetan haben und Gruppen gebildet haben und da sich unterstützt haben gegenseitig. Kann man das so sagen? Oder ist das zu trivial? Das ist etwas, was wir in der frühesten Menschheitsgeschichte sehen, also in der Phase der Menschwerdung eigentlich, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach relevant geworden ist, dass man im Verbund agiert, eben sich gegenseitig unterstützt und auch sorgt umeinander. Ja, also das war wahrscheinlich etwas, was ganz früh, also ungefähr, kann man sagen, den Zeitraum, wann das sich ungefähr herausgebildet hat, so dieses Sozialleben. Ja, so im Mittelpaleolitikum, würde ich denken, kann man das am besten fassen. Und was wir aber dann, also wir fassen das ja nur an ganz wenigen, wir haben ja nur ganz wenig archäologischen Niederschlag aus dieser Zeit. Und wir können das nur auch indirekt sehen. Also zum Beispiel dadurch, dass man sieht, dass man gemeinsam auf die Jagd geht, ja, was ja Kollaboration voraussetzt. Oder dass man Sorge trägt um erkrankte Menschen. Um Kranke, dass man die nicht allein lässt. Genau, dass man die nicht allein lässt, sondern dass man die versorgt. Und so andere Formen, also in jüngeren Epochen, sehen wir dann sehr deutlich, wie eben diese soziale Identität auch gelebt wird. Also jetzt oder jeden Tag gepflegt wird. Mit Festen. Genau, durch gemeinsame Rituale. Feierlichkeiten. Genau, durch bestimmte Symbole, durch ähnliche Kleidung. Also dass man einfach versucht, so dieser Zugehörigkeit auch Ausdruck zu verleihen in dem, was man tut, was man trägt und mit welchen Zeichen und Symbolen man sich übergibt und umgeht. Also wahrscheinlich war soziale Verbundenheit dann schon ein ganz früher Faktor, der sich ganz früh raus, relativ früh rausgebildet hat. Und meine Hypothese ist immer so ein bisschen, was eben möglicherweise heute ein starker Resilienzfaktor ist. Der hat sich auch schon früh etabliert irgendwie. Der hat sich irgendwie früh bewährt. Das wird ja zumindest bei sozialer Unterstützung passen. Gibt es da andere Beispiele? Ich glaube so Spiritualität, Religion. Das war aber dann später, oder? Genau, da sind wir schon im Jungpaleolithikum so um 40.000 vorrum. Da hat sich das erst etabliert. Ja, und was aber wichtig ist, wir können an der Stelle, wo wir in der Archäologie Hinweise zum Beispiel auf Kollaboration, auf Spiritualität fassen können, nicht sagen, dass es als Resilienzfaktor gewirkt hat, sondern wir können nur dieses Verhalten fassen. Aber dadurch, dass wir nicht sagen können, wie eigentlich die Situation war, in der dieses Verhalten zum Einsatz kam, also dürfen wir das an der Stelle noch nicht als Resilienzfaktor bezeichnen. Aber gerade Spiritualität, Religiosität, das sind ja auch Faktoren, die wir heute noch auch als psychisch stabilisierend sehen. Interessanterweise ist so Resilienz eher mit der Spiritualität positiv verbunden, weniger mit der Religiosität. Meine Hypothese ist immer so ein bisschen, dass eben der Glaube jetzt an etwas Übersinnliches, dass das Ganze Sinn hat, dass es kohärent ist, das, was ich erlebe, dass ich irgendwie eingebettet bin in den Gesinnzusammenhang, dass das eigentlich etwas Stärkendes ist, während Religiosität häufig dann schon an die Religionsausübung gebunden ist. Und da gibt es dann schon wieder Vorschriften, was man darf und was man nicht darf. Das kann mehr reglementierend sein. Und so passt es ein bisschen, dass eigentlich Spiritualität eher als Resilienzfaktor noch stärkere Effekte hat heute als Religiosität. Was ja für unsere gemeinsame Forschung eine spannende Perspektive ist, zu sehen, ob wir es schaffen, aus der Archäologie Resilienzfaktoren heraus zu destillieren, die heute bislang in eurer Diskussion noch gar keine Rolle spielen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Wir haben natürlich schon ein ganzes Set an hauptsächlich psychologischen Faktoren, aber wir sind natürlich auch eingeengt auf unsere Sichtweise, die wir heute haben. Wir haben bestimmte Forschungstraditionen, Forschungssichtweisen und über diesen Blick zurück in archäologisches Material dann was ganz Neues zu finden. Das ist das, was wir hoffen und was uns weiter auch inspiriert, hier zusammenzuarbeiten. Genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017